Da braucht man noch jemanden mitveraltern. Das tun wir niemanden sonst an. Lucius. Sie dürfen recht gut mit Prinz Lucius bei vorne jetzt sein, oder? Nicht normal. Äh... Was möchte ich hier nochmal? Zu sprechen? Ein Pfötchen geben. Mal nur... Pfötchen geben. Liebhaben streicheln. Du wirst es reinigen, wenn du es hinmachst. Lass das. Kein Kohlen. Sehr toll. Kommando beibringen. Glück hingeben. Waschen fünf, wir will hier rumlaufen. Einen Teller nehmen. Alles gehört gesäubert. Dällo. Kuschpa. Kuschpa. Boych. Sherb. Sherb. Na. Können wir hier. حتem輪her. Nee. cylinder nehmen. nuestro saut. Ziemn". Danke. Da war auch eine. Fokus. Einschalten, kochen, ernten. Lernen, kochen. Ich glaube, er hat es noch geschafft. Wie schaut es da aus? Nein, das wollte ich nicht. So, ja. Kompostieren, Post holen. Äh, viel düngen mit Kompost. Obviamente haben wir nicht mehr Kompost. Obviamente haben wir nicht mehr Kompost. Obviamente haben wir nicht mehr Kompost. Fadenkuchen. Und... Gehen wir aufs Klo. Und wir schlafen. Der kommt von der Schule hin. Es gefällt mir grad gar nicht, dass er zum PC geht. Oh. 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 Da ist der Nehmen. Oh. 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 Der Rappelgeburtstag. Der Rappelgeburtstag. Ausschalten. Genutzen. Genutzen. Faserfgaben machen. Aufräumen. Aufräumen. Was ist der Weglegen. So. Aha. Schacki ist schon vorher munter. Was macht denn die Schacki jetzt außer... Ausschüttchen, Möbel, Zerstören? Hä? Viele Dinge mit Kompost. Aha. Hab ich nicht mehr. Gut. Fliegen. Nein. Was möchte sie denn noch alles? Wandern gehen wieder. Und Marco Polo spielen. Geh alleine wandern. Direkt so einladen. Und die Uhrzeit. Oh oh. Was ist passiert? Oh Gott. Er. Ist aufs Klo. Nicht spenden auf irgendwas. Was? Hä? Rechnungen bezahlen. Was macht der Tepter? Ja. Ja. Den kann man eigentlich mit nichts Glücklich machen. Aufwischen. Und der soll ihm Maxi Brötchen beibringen. Was ist mit ihm? Der schläft im falschen Bett. Und die Hausaufgaben scheinen auch gemacht zu sein. Nicht versäubern. Roth versäubern. Einspun. Jetzt ist natürlich kein Wolf da. Was braucht ein Maxi eigentlich? Kann momentan alles gut. Schimpfen auf Möbel springen. Du kannst ihn nehmen. Da ist der Wigling, der kann aufstehen und auch einen Teller nehmen bevor es weggeräumt wird. Stopp! Zu karotisch! Also, Eddy... Eddy wird... Der will Maxi ausschimpfen, aber Maxi ist gerade brav, das ist schlecht. Dann wird er momentan lernen, kochen. Maxi lernt, mit ihm zu sprechen. Maxi, Kommando, sprechen. Etwas so, das. Männchen machen. Maxi, Loben, Schürf und Zimper drücken. Kommando beibringen, Männchen machen. Und die Fälle in einer Stunde, das ist ganz schlecht. Hoppala! Vor allem, dass sie müde ist. Er isst. Noch nicht, Mom. Ich gehe mito, man! Geh mir wieder hin! going! Ich füle! Ich füle! Ich füle! Ich füle! Ich füle! Ab und ich füle! Ich füle! Und ich füle! Bis zum Schluss. Einہ hohesnach! Wo ist mein Schulbus? Achso. Da geht er später zur Arbeit, ne? Oh stimmt, hier dürfen wir bespringen. Kommando beibringen, Männchen machen. Dann sollte ja die Freunde steigen, eigentlich. Geh noch schnell baden, Alter. Äh, jetzt hab ich auch alter, weshalb? Ah. Sonst sollen wir zur Arbeit fahren. Brauch Wettbewerb gewinnen. Kompostieren. Wann? Wann? Maxi loben, hier von Simpatrick bleiben, das ist jetzt eh loben, ja. Maxi Männchen machen, ja. Hoppala. Hans Gruppe. Benutzen. Baden. Ja, warte kurz. Reste nehmen. Er geht zuerst aufs Klo, ne? Ja. Das heißt, er wird gleich schlafen gehen. Aufwachen. So, die Hausaufgaben legen wir wieder rauf. Er braucht gar keine, weil es liegt schon alles da. Der Lehrer, äh, der Direktor von der Privatschule. Stopp. Er muss jetzt leider aufstehen. Und den Herrn begrüßen. Ich hab gesagt, nein, steh auf. Kommt der nicht rein bei der Tür? Hä? Das ist die Tür. Was ist das? Oh, Mal. 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 Super flair. Perf Cbee. ZIBOI Stop. Zimmer zeigen. So. Der gilt einmal rutsch und dann schlafen. Zimmer sind halt nicht so möglich. Stopp. Äh. Unterhalten zum Essen rufen. Jetzt habe ich völlig vergessen, dass der kommt. Und kommt denn der heim? Der ist gerade nach Hause gekommen, das finde ich gut. Aber der ist genauso müde. Gehauf zum Essen. Der ist ein Gespenst, das ist nicht gut. Schlafen. Mimifalan! Da war es schon mal angenommen. Perfekt. Essen wegwommen. Essen weglegen. Der ist doch schon gegangen. Da geht er gerade. Draußen gräbt Mami Lee ein Loch. Wer wacht zuerst auf? Flo. Maxi war nicht bei der Arbeit, ist so. Ja, Wolf. Hermann, wiği- anye Mami. woo wwu w低 Hm, was? Nein, ich möchte Ben haben, hallo. Ohne, geh halt aufs Klo. Ohne, und dann aufs Klo gehen. Kann man den glücklich stimmen? Gar nicht. Essen servieren. Ich kriege so, wie ein Omelett. Will ich in der Waschung? Spinnenaufruf. Er geht dann selber baden und so aufstehen und muss jetzt die Hausaufgaben machen. Loben. Nein. Ausstimmte für Möbel zu stellen. Liebhaben schreiteln. Liebhaben auch rollen. Kommandoball bringen. Rollen. Wo ist er denn? Starniert er halt das Unkraut, wenn er den wegrennt. Achso. Sie braucht ihn gerade. Stopp. Umarmen und halten. Ein plaudern. Ein Interesse. Ein kochen. Oh mein Gott. 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 Stopp. Oh mein Gott. Oh mein Gott.